Minuten zur ersten richtig großen Möglichkeit, Foulankren im Strafraum Elfmeter und dann kommt etwas, was sie sicherlich so noch nicht gesehen haben. Djordjevic legt ab, schießt den Elfmeter nicht aufs Tor, Radovan Vujanovic ist zur Stelle und macht das nächste Saisontor. Ich glaube, das war ein sehr schönes Tor, sag ich jetzt mal. Die Idee hat von Capitano gekommen und ich habe gesagt, ja, der Gegner werde ich sich auf das nicht vorstellen und das ist einfach...